Willkommen zurück zu Pray for the Gods, in dem ich gerade gegen einen Wurm kämpfe. Gegen jeden da, hier. Ach du, gar... Was muss ich... Ich weiß aber nicht, was ich gerade machen muss. Ähm... Vielleicht warten, bis der sich so rumschlängelt. Ich habe keine Ahnung. Aber was ist das für Dinge? Was hat er jetzt gemacht? Ich gebe vielleicht noch mehr Schalter. Autsch! Oh Gott, oh Gott. Wo ist... Hier ist noch ein Schalter. Was hatte ich jetzt? Da muss ich wahrscheinlich zum Ende hin. Was macht denn der jetzt? Nee, also Pfeile bringen überhaupt nichts. Ach! Scheiße. Mann! Komm schon, Schieß! Mann! Mann! Oh Gott, ey. Das überlebe ich wahrscheinlich nicht. Da sprüht jetzt wieder dieses Gas aus. Da. Ah, fuck, ey. Warum trifft er mich immer? Aber ich weiß jetzt, was ich machen muss. Das ist die Hauptsache. Aber ich muss alle drei Säulen aktivieren, glaube ich, und dann da hinten hingehen. Ups, ich habe gerade gröpst. Äh, wo war die erste Säule? Da hinten. Autsch. Das lief gar nicht gut. Mann, ey, warum tritt er mich immer? Ich kann ja auch nicht springen. Oder kann ich das? Also, ich meine, ähm, ja. Ausweichen. Ach doch, das kann ich sogar. Doch, okay. Das bringt aber gar nichts. fucking... Mann, ey. Wenigstens weiß ich jetzt, wie ich ausweichen kann. Ich muss die Tasse gedrückt halten. So geht's doch. Diesmal schaffe ich dich. Du kriegst mich niemals. Scheiß tiefe Schnee. Oh mein Gott, jetzt macht er wieder dieses Gas. Oh mein Gott, jetzt macht er wieder dieses Gas. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Autsch. Nice. 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 Ich hoffe, dass es klappt hier. Ist er tot? Äh, was macht er jetzt? Kann ich auf dem... auf das Vieh steigen? Oh Gott. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, stopp. Nein! Fuck! Woll ich jetzt alles noch mal machen? Ja. Fucking... Das sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Komm schon! Nein, jetzt macht er wieder sein komisches Gas. Komm schon weg. Listo mal. Nein, 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 das gibt's nicht. Das ist ein Schafel. So, jetzt bin ich wieder auf dem Wurm drin, also nicht drin, sondern an dem Wurm dran. Und ich weiß jetzt so in etwa, wo ich zuschlagen muss, wenn der nicht so bescheuert rumwackeln würde. Scharte Bogen. Ausdauer. Hallo, nein. Da. Hallo. Und den dreimal in drei Stellen attackieren. Das geht jetzt. Das geht jetzt! Nein, Mann. Ausdauer. Komm schon, du schaffst das. Oh, Mann, warum muss denn der Inmo also anfangen mit wackeln? Oh, Mann. 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 Das nächste? Das nächste. Das nächste Ding. Warte. Was ist das? Was ist das? Was ist da? Das ist eng. Näh. Nuh. Nein! Hallo! Wo ist denn das andere Ding? Wo läuft das denn noch? Mann, jetzt muss ich mir Ausdauer gedachten. Ich sehe nicht, wo es noch läuft. Ich sehe nicht. 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 Ich weiß nicht. Ich sehe nicht leuchten. Ich sehe nicht. 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 Nein. Danke. Ich sehe nicht. 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 Da ist der Nächste. Aber ich werde, glaube ich, erst mal mich ordentlich ausrüsten, bevor ich mich zum Nächsten begebe. Und das ist der, der so aussieht wie ein Teufel. Da sehen zwei aus wie ein Teufel. Und der andere sieht irgendwie aus wie ein Vogel. Also, gut sein, dass das ein Vogel ist, dann. Das hier könnte ein Stier sein. Oder keine Ahnung. Ein Totenkopf. Naja, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Mann, war das schwer, ey. ? Donner.